ähm dieses krankenhaus das ist doch eigentlich das immer schon auf der richtigen seite wenn ich das richtig sehe naja wie das im litärcamp dahinten das ist doch schon das krankenhaus da unten ja halt ne das ist was anderes das ist ne baustelle da könnten aber auch sachen finden also sehen tue ich keinen drin weil ich sagen wir gehen da rein und sich in die umgebung ja eine sichere die umgebung und einer geht rein nachdem du die snipe hast du ich sagen du gehst rein ich gehe rein ja da steht da oben jetzt stehen so was da kann ich gut rein snipern wenn ich die hinteren eingänge habe ich in sicht und die oberen stockwerke ich bin richtig wünsche mir ich könnte bisschen anders zu sehr fast zu nahe weil es so sehe ich nicht so greife jemand also nicht so habe ich einen geringen überblick bist du drin oder ich fühle es davor und warte bis zu sagt im blickfeld also den eingang habe ich schon mal im blickfeld die mal rein den eingang weiß nicht ob ich soweit überhaupt jemanden seh war schon das nicht weiter er hat ich habe ich ja also ich habe viel vom gebäude im blick gehst du rechts oder links ja jemanden dann raus wachten 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 von daraus kann dich ist es ist da jemand drin oder ist irgendwie ein bisschen besser in position ich weiß nicht ob es einfach nur hintergrund rauschen ist also oben ist auf jeden fall keiner warte mal die seite die die seite auf die du guckst die habe ich nicht gut im blick die wurde also die rechte wenn du reingehst die habe ich besser im blick ein helikopter ist wo wo ist er er fliegt vorbei gehe auf jeden fall jetzt nicht aufs dach ok es ist weg ja ich sehe es gerade das was ich höre ist ein feuer was da drin brennt also dich sehe ich noch aber wenn du jetzt dahinter weiter hinten läuft sehe ich dich nicht mehr ja ich muss habe hier durch da schießt jemand mit dem g auf das gebäude wo du drin bist ja ich hörs geh bloß nicht aufs dach ich werde doch nicht rausgehen das ist es nicht wert ich höre nicht und ich sehe nicht passt schon passt schon wo bist du ich habe dich nicht mehr im blick auf der anderen seite gerade bin ist du ja okay du ging Bist du noch im Erdgeschoss? Ja, ja. Okay, weil ich dich nicht sehe. Bin gerade im Innenraum unterwegs. Ja, wir müssen ein bisschen weiterlaufen. Auf dem Dach ist wahrscheinlich noch was, aber mit dem Helikopter in der Richtung. Soll ich zu dir kommen? Der kommt, der kommt zurück. Der kommt, 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 der liegt im Busch. Ich glaube, der sieht mich nicht, ich bin hier im Arsch. Der ist über dich hinweggeflogen. Er ist weggeflogen. Ich klinge sehen. Ja, ja. In welche Richtung ist er marschiert? Zu dir hinter. Sprich, ich werde jetzt da runter rennen. Ja, das wäre nice. Die Ohren steif. Mach ich. Ich krabbel unter dem Zaun durch. Das tue ich mir nicht an. Der Lord of War hat die Verbindung verloren. Hoffentlich war es der Helikopterflieger. So, ich bin jetzt bei den Plan-Schienen. Ich bin jetzt bei den Plan-Schienen. Oh. Oh. Bist du noch da? Sweet. Schauen wir mal, was ich anhabe. Wo bist du? Rechts von dir. Siehst du dich echt nicht? Links, ein bisschen links. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen. Jetzt da. Nein, sehe dich nicht. Tür. Da. Vor dir. Ja, ja, jetzt, ich sehe dich schon. Das ist aber echt gut, was ich das her. Das habe ich da drin gerade gefunden. Schau mal rein. Gibt es da noch irgendwas? Wie gesagt, ich habe nur das Erdgeschoss untersucht. Oben war ich noch nicht da. Kommst du mit? Komm mit. Da würde ich nicht reingehen. Warum? Großes Feld und nichts mehr drin. Kommt ihr aber mit, Mayo? Doch, da ist eine Packung drin. Das ist meine. Das ist mein Anzug. Hier müssen wir entlang. Gehen zu einem Treppenhaus zum Haus-Safe, da passiert uns nichts. Aber wir sind halt frei, freiwillig für Sniperer. Hilft auch das halbe Ducken leider nichts, deswegen will ich ganz schnell durchrennen. Nägel? Also brauchen wir ganz dringend. Multitool. Du hast ein Multitool? Ja, jetzt habe ich es. Dann brauchen wir aber auch Nägel und das ganze Zeug. Damit kann man nämlich Sachen machen. Da fallst du ein Glück. Ich gehe nicht weiter hoch, das war's. Noch mehr die Munition. Warte, das könnte man doch eigentlich. So, gut. Hier liegt doch, was ist es deins? Das habe ich gerade reingeschmissen. Das ist so ein Lambo-Jack-Teil. Hast du... Wie viel Platz hast du? Ein bisschen was. Sechs, sieben Felder, warum? Kommt mit. Ich schnapp dir das Päckchen hier. Und... Das hier mal. Ich schaue da noch kurz aufs Dach drauf. Nein, da gehst du nicht hoch. Ne, nur noch. Na gut, dann gehen wir runter. Mit deinem Multitool kann man nämlich jetzt Sachen herstellen. Ne, wie? Ganz einfach, wenn man rechtsklick drauf macht, aber du brauchst die Rohstoffe dafür. Sprich, wir müssen jetzt ein paar Kleidungsstücke finden. Und dann können wir uns große Rucksäcke draus machen. Und wenn ich auf den Gran hochgehe, könnte ich gut runter snipern. Du gehst einmal hoch und zu... Wenn du es überlebst, kommst du aber nie wieder runter. Wahrscheinlich, ja. Wir müssen mehr nach rechts rum. Wir müssen auf die andere Seite müssen wir. Willst du die Türe aufmachen oder willst du außen rumlaufen? Ich meine... Ach so, machen wir die Tür auf, wenn es geht. Geht nicht, gell? Ne. Geh mal hinten rum. Ich habe so große Schuld, ich kann dich gar nicht mehr richtig nach hinten gucken. Bist du hinter mir? Ja. Hier muss doch das Krankenhaus in der Nähe sein. Ja, siehst du das weiße Gebäude da rechts. Wenn du zum Sekrum guckst. Neben drin ist ein roter Container. Da müsste ungefähr die Notfallstation sein vom Militär. Äh, Notfallstation. Okay, jetzt haben wir da hin. Also, Blutkonzernen wären nicht schlecht. Auch der Rest. Und vom Fest wäre nicht verkehrt. Nachdem wir bei jedem Militär-Schützpunkt auch große Waffen spawnen können hier. Das sollten wir so schnell wie ich da hin. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da drüben sind eine Menge Zombies. Sprich, das kann auch gut sein, dass da Gegners sind. Das würde mich nicht wundern. Das würde mich nicht wundern. Da schnell rüber. Fuck. Hm? Ich glaube eher, dass das da drüben ist, dieses Krankenhaus, das es links liegt. Hä? Das Krankenhaus vielleicht, aber nicht das Militär-Lager. Da gibt es doch hier ein Militär-Lager, wo zugleich auch noch Sanitätsstationen waren. Ja, genau, die suche ich. Gehen wir erst einmal hier rüber. Oh, da ist einer. Wo? Zombie, ja. Scheiße, weg hier. Wir dürfen nicht schießen, wir dürfen hier nicht anloggen. Das ist... Dann können wir es gleich abblasen, die Aktion. Oh, da hinten kommen wir aber Autos, das ist perfekt. Ich höre nur zu zweit. Leg mich am Arsch. Eigentlich eine Selbstmord-Aktion. Verdammt, lass mich da drüber steigen. Ah, geklappt. Oh, da hinten ist das Gräuliche. Wacht mal kurz, die Überdeckung. Der Gruskug ist, dass uns den Rücken... ...dass der Kleist. Ja. Ich hoffe inständig, dass der Militärschutzpunkt noch so... ist, wie wir es ihn zurückgelassen haben. Ich hoffe inständig, dass der da ist, der Militärstützpunkt. Mach die Wechsel zurück auf die Makarov. Wie kannst du nicht zielen, das ist... Ja, nimm die Makarov. Da hinten müsste es eigentlich sein. Da hinten, wo die Schranke ist, da ist immer richtig. Crossbow wäre jetzt hier Gold wert. Was soll ich ihn auspacken? Kannst du machen? Oh, da kommt. Der kommt rein, der kommt rein. Der kommt rein, der kommt rein. Andere Richtung. Gibst du mir Deckung? Ja, aber der wird ja ums Eck und kommen. Also, ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen noch weiter weg von hier. Der ist da. Oh, der kommt weg. Scheiße. Ja, ich habe immer mehr Glück gehabt. Scheiße, habe ich denn keine Bolzen mitgenommen? Scheiße, ich habe die Bolzen nicht dabei. Ach, Mann. Habe ich wenigstens einen Schuss. Ja, ich habe mich nicht dabei.